Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Moin Moin! Mal wieder von Fuadventura Hinter mir Los Lobos Unter mir ein Pool Und schwer zu erkennen Corralejo Üblicherweise sagt man ja, dass es in Corralejo immer kalt ist und windig und Und deshalb im Süden eigentlich schöner Kann ich aber gerade nicht bestätigen Es ist außergewöhnlich warm Das haben wir jetzt Ende Mai Und wir haben 27, 28 Grad Sonnenschein seit Tagen Eine leichte nördliche Brise Und es ist hier etwas urbaner als im Süden Man kann hier vielleicht ein bisschen mehr shoppen und sich ein bisschen die Zeit vertreiben wenn man mal nicht am Strand ist Strände sind hier vielleicht Nicht durchgängig So sandig Und schön Das Wasser vielleicht nicht ganz so ruhig wie im Im Süden aber Direkt hier in der Corralejo Bucht zum Beispiel Alles gut Und auch für Kinder Und etwas vor der Stadt vor dem Ort Gibt es auch schöne weiße Sandstrände mit Dünen Für mich immer wieder eine Reise wert Ich glaube ich bin jetzt ungefähr das hundertste Mal heute hier Vielleicht sollte ich das mal feiern Ich kann nur jedem empfehlen selber mal her zu kommen Und bis dahin Hasta luego